Die Welt kann sich freuen, dass wir den Donald Trump haben. Der Spaß kostet 4 Euro bei Teddy. Und wie ich das gesehen habe, war echt egal. Den muss ich haben. Und er lässt sich auch so schön drücken. Quentsch, quentsch. Hilft beim Entspannen. Ist doch geil. Die haben sie echt gut getroffen. Und dann habe ich noch so etwas aufgetreten. Weil ich in die Packung geschaut habe ich gedacht, das ist aus Aluminium. Jetzt beim Auspacken stellt sich leider heraus, es ist doch nur Plastik. Aber irgendwie für meine kleine Sammlung an optischen Illusionen und Gimmicks kann man das noch dazu packen. Da ist echt nicht so toll gearbeitet. Für 4 Euro auch. Da kann man den Finger reinstecken. Da ist eine riesen Spalt. Aber macht ja nichts. Oder die Trump. Der ist cool. Mein Augen raus. Ich habe mir in die Augen kleines. Ich kann keinen Pussy nehmen. Pussy. 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 Oder Mund zu. Pussy. 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 Jedes Land bekommt den Präsidenten, den es verdient. Deswegen haben wir... Naja, die Merkel haben wir auch verdient wahrscheinlich.